So, hallo Max. Hallo. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit heute nimmst für dieses kurze Testimonial, Videotestimonial. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, was macht EventNet? Vielleicht ganz kurz. Ja, EventNet stellt digitale Infrastrukturen für Veranstaltungen und Produktion jeder Art, auch Roadshows, Festivals, alles, wo Internet und WLAN und überhaupt digitale Daten benötigt werden und wir stellen auch die entsprechenden digitalen Dienste, die dann auch die Dateninfrastruktur aufsetzen, bereit. Okay, sehr cool. Weißt du zufällig noch, wie du auf uns aufmerksam geworden bist damals auf die Motion Group? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir wollten gerne bei LinkedIn was machen und jetzt weiß ich es wieder. Ihr habt uns angeschrieben. Sehr gut. Ja, ihr habt uns angeschrieben. Das war ja noch der Gag dabei. Richtig. Genau, genau, genau. Das war ja ähnlich, wie du jetzt mit uns arbeitest. Das fand ich ja echt ganz spannend und dann haben wir auch relativ schnell gestartet. Jetzt ist es ja so, dass du auch im Prinzip mit uns was anderes auch noch machst, im Prinzip zu LinkedIn in Kombination mit unserem E-Mail-Marketing. Kannst du vielleicht da kurz was dazu sagen? Das machen wir jetzt noch nicht so lange miteinander, aber wie das da ungefähr läuft, wie ihr da Angebote stellt und wie das ungefähr abläuft? Mhm. Genau, also so eine E-Mail-Marketing-Kampagne hatten wir schon länger mal vor. Es gibt einfach spezielle Segmente oder spezielle Zielgruppen. Die findet man nicht so gut auf LinkedIn. Das sind so Leute, die vielleicht umso tradierter sind, älter vielleicht auch schon, die einfach mit E-Mails stark arbeiten. Und da war natürlich für uns die große Herausforderung, diese Vorbereitung vor allem, die ganzen E-Mail-Adressen zusammenzusuchen und so weiter und so fort. Das kann man nicht einfach in den Alltag integrieren. Und so ist das halt eine Sache gewesen, die eigentlich nicht stattgefunden hat. Und das war dadurch für uns eine ideale Möglichkeit, das mal zu starten, E-Mail-Marketing. Und wir kriegen natürlich das Feedback, was man bei solchen Kampagnen immer hat. Das ist halt immer ein kleinerer Prozentteil als die Leute, die nicht wollen, ganz normal. Aber es ist gut angelaufen und es ist schön zu sehen, dass das eben auch funktionieren kann. Und vor allen Dingen auch für uns, ohne diesen wahnsinnigen Organisations-Overhead im Alltag. Das ist eigentlich für mich der allergrößte Vorteil, dass wir sagen können, wir machen das, ihr bereitet das vor und dann geht das einfach los. So, das ist eigentlich, ja. Dass das sozusagen automatisch im Hintergrund immer läuft. Absolut, absolut, ja. Perfekt. Und du hast gesagt, von den Angeboten her, ihr stellt so circa drei die Woche oder irgendwie so. Ja, genau. Richtig, so drei, vier Angebote in der Woche gehen da raus. Perfekt. Sehr gut. Und abschließend vielleicht die Frage, würdest du uns weiterempfehlen, anderen Firmen? So immer die letzte Frage. Ja, auf jeden Fall. Also macht mir großen Spaß, mit euch zu arbeiten. Freut mich, freut mich. Kann ich nur so zurückgeben. Danke. 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 Vielen Dank.